Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Phasmophobia. Diesmal mit dabei sind natürlich immer noch Girmes und Moon. Hallo. 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 Schalom. So, wir brauchen mal wieder einen Raum mit unter 10 Grad und wir brauchen einen EMF-Meter-Gedöns. Wir müssen ein Foto vom Geist machen und diesmal ist es Leader Lisa Robinson. Und Lisa mag natürlich nur Leute, die alleine reinkommen. Deswegen. So, und das Schöne ist, ihr wundert euch vom Sharker-Timer. Ja, das wundere ich mich auch. Und ihr wundert euch, Mensch, das hat so eine riesige Map. Und warum seht ihr nur zu dritt? Sind die bekloppt? Ja. Und deswegen hängen wir hier hinter dieser Folge noch was dran. Wir hängen noch einen Bonus dran. Weil wir so lieb und nett sind. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge geht. Ja. Aber wir hängen noch einen Bonus dran. Und wenn die Folge schon alleine eine Stunde geht, dann kommt trotzdem noch ein Bonus. Ja. Weil wir hatten einmal aufgenommen gehabt. Ich bin auch wieder mal gespannt. Genau. Weil wir hatten einmal aufgenommen gehabt. Entschuldigung. Ja, ist gut. Ja, und bei Moon ist halt die Aufnahme einmal abgespielt. Deswegen hängen wir das nochmal hinten dann dran. So. Ja. Ja. Und die Sicht ist mal von Moon da. Das wird richtig cool. Äh, Funkgerät. Ich hab so ein EMS gesehen. Äh. Habt ihr alle einen Thermometer mit? Ich habe einen Thermometer hier. Hier ist noch so, hier ist noch das Gespräch gedönst hier oben. Ja, ich hab mir diesen Futterbaut mitgenommen. Genau. Okay. Wo bist du? Kreml. Kreml. Kreml ist nicht lustig. Kreml ist nicht lustig. Was? Ich hab jetzt, glaub ich, die anderen ausgeräumt. Halte länger die Taste gedrückt, sonst höre ich mich. Ja, du musst auch reden, wenn ich mit dir rede. Es ist so. Ich muss auch reden, wenn ich mit dir, mit dir was. Was? Ich halt die Taste bis zum Ende gedrückt, oder? Du hast die Taste bis zum Ende gedrückt. Aber. Keine Ahnung. Wo? Ein Telefon. Wo? Gut. Oben. Ja. Ja, dann hin. Ich halte die Taste jetzt einfach die ganze Zeit durchgedrückt. Oben. Keine Ahnung, ich lass die Taste normal los und dann hörst du mich trotzdem nicht. Ja, du musst die Länge gedrückt halten, ab bevor du aufhörst zu reden. Na, super. Wenn du nach dem Buch willst. Zeichen! Was? Ja, gib uns ein Zeichen. Ach, ne, hier ist ja auf dem Klo, gibt's kein Telefon. Und der Telefon, oder Telefon ist der Raum, wo es war? In 90% der Fällen, ja. Scheiße, scheiße. Mhm. Was für eine Scheiße? Was? Funkgerät. Nein, ich... Doch, Funk. Spielsound. Was? Mein Spielsound schlägt beim OBS nicht aus. Äh? Desktop-Audio schlägt nicht aus bei mir. Da musst du ganz nur kurz in die Einstellung reingehen und die Soundkarte nochmal ausfüllen in den OBS. Mach mal schnell. Was ist hier ausgewählt, meine... Welche was? Ich geh' Eigenschaften und da ist Gerät, Lautsprecher, USB, PNP, Sound, Audio Device. Ist ja nicht USB bei Ausgabe. Ach, Mist, jetzt. Oh nein, er nimmt die ganzen Folgen für... Nein. Hast du jetzt Sound? Das tut mir leid. Alles gut. Ja, ich hab' die Sound. Ich schick dir meine Aufnahmen. Warum guckst du eigentlich so komisch durch die Tür durch? Warum nicht? Weil jeder am rumflirten war, dachte ich, ich störe nicht. Das sah mir so komisch gruselig aus. Seht irgendwie komisch aus. Und sonst alles gut? Nee, alles schlecht. Da ist die Tür auf. Ah. Hier vorn. Ja, geradeaus. Ist ja doof, dass hier sonst kein Raum ist. Ich glaube, es ist Ruhe, es ist hier zum... Also, weil es Ruhe ist. Und hier nicht? Ja. Ah, ah, ah? Hier. Der nächste. Mhm. Ja, EMT steht aus. Ich hab' euch ja viel Ablust gesehen. Wer von euch hat den scheiß Fotoapparat? Ich? Und rennt raus, statt ein Foto zu machen? Ich hatte ja kein Fotoapparat in der Hand. Ich hatte gerade UV in der Hand gehabt. Gib uns ein Zeichen. Wo hast du denn jetzt den Fingerabdruck gesehen? Äh, an der Wand irgendwo, in der Tür. Hier, an der Tür. Gut. Entschuldigung. Entschuldigung. An der Tür. Außen an der Tür. Ja, wollt ihr ein Foto davon machen? Ja. Der hat nur an der Fotoapparat bei. Nee. Ich hab' Hand frei. Da ist die Lampe. Ja. Leuchte mal drauf. Einmal bitte drauf leuchten und die Taschenlampe ausmachen. Tu ich doch. Nein, tust du nicht. Bei mir leuchtet du an die Decke. Ja, das ist meins gesehen. Entschuldigung. Nee, nee. Von Sebastian. Der leuchtet an die Decke damit. Ist übrigens ein neuer Fingerabdruck gekommen. Ist nicht mehr der alte. Da braucht es jemanden, äh, Dictionary, Deutsch, Spanisch. Äh, Englisch, Spanisch. Denken. Die ist rausgerannt. Tschüss, Moon. Was ist so? Wir müssen jetzt erstmal zum Auto, ne? Ach ja, Fingerabdrücke. Schaut. Tschüss. Okay. Wir sollten zum Auto. Ich finde den Witz jetzt gerade noch nicht. Was ist der Witz? Hallo? Hallo? Wo hast du dich eigentlich für schick gehabt? Ich bin ja irgendein Raum reingelaufen, der da war. Ich habe mich unter der Treppe versteckt. Ja, habe ich so halb noch gesehen. Oh, doch noch so fit im Kopf. Alter. Ja, was brauchen wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch Fingerbrücke, ne? Das ist jetzt nur Fingerbrücke, ja. Na toll. Ja, lass uns über Funk reden. Ja, 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 ja. Warte, ich guck mal eben gut was. Kannst du noch mitnehmen? Moment, ich such gerade was. Na egal. Ich kann zwei Sachen mitnehmen. Kannst du noch einen Bock mitnehmen? Weiß nicht mehr, was ist mit Temperatur? Äh, ich glaube es hat mich nicht irgendwo liegen lassen. Ich weiß nicht. Achso, hier habe ich es auf dem Boden. Aber ich hatte jetzt nicht, das war jetzt, bis jetzt war es nicht kalt. So wichtig ist es nicht, unter Null sehen wir auch, wenn wir atmen. Okay, was soll ich dann mitnehmen? Willst du das Buch und nicht nur die Box? Ist mir egal. Ich habe nur eine Hand frei. Aber wir können ja mal gucken hier ein bisschen. Ich kann ja noch eine Kamera mitnehmen. Ich auch. Ich habe hier eine liegen, wir können ja erstmal ein bisschen gucken, ne? Ach, du hast Tabletten geschluckt. Naja, klar. Solltest du vielleicht auch machen. Weil sonst lässt es uns gar nicht mehr in Ruhe. Ach was. Ach was. Joa, wir können da rein und auf jeden Fall anders zu blinken, ey. Warte, nehmen wir jetzt noch mit? Pfff, 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 pfff. Das Buch. Das Walkie-Talkie. Und, ja, was können wir noch mitnehmen? Ja, Thermometer vollständig, hast du gesagt. Ja, das können wir auch, wenn du noch eine Hand frei hast. Ne, habe ich nicht. Aber Orb, oder was? Also haben wir irgendwas für Orbs? Ja, da ist schon eine Kamera drin. Vielleicht sehen wir ja ein Orb, vielleicht können wir schon eine Sache ausschließen. Foto-Kameras, oder was hast du noch für eine Kamera mit? Ja. Wenn wir ein Orb sehen, dann können wir ja schon mal irgendwas ausschließen. Ja, da sind wir doch. Haben wir es jetzt umgeschaltet? Äh, nicht absichtlich, Entschuldigung. Ich wollte... Äh, ne? Kann man auf der Kamera einen Buden sehen? Ja. Rechts, am Rand. Ah, ja. Ja, Profi ist nicht schlecht. Ja. Ich... Willst du warten? Willst du... Wir warten, wir können auch reingehen. Ich... Okay, ich... Geh mal rein. Okay, ich warte geräumt. Warte mal. Wenn es in Geheimgang wird. Ja, das ist... Der Weg ist kürzer hoch. Nein, nicht unbedingt kürzer, aber sicher... Für länger sicherer. Und es ist schnell der Weg nach draußen. Okay. Schön, dass du die Tabletten nicht nehmen wolltest, ja. Ich hab sie jetzt genommen. Ah, dann ist gut. Und jetzt ist das, was dir immer du tun. Ich hab sie jetzt mit dem Bild. Ich hab sie hier mit dem Bild. Ich hab sie nicht mit den Bildschwunen. Ich hab sie hier mit dem Bildschwunen. Super, Mond wird nicht erkannt. Es kann sein wegen Profi. Das heißt? Warte mal, ich brauche mal das Profi keine Versicherung. Ich bin mir nicht sicher. Ja, toll. So, dann gehen wir kurz raus hier. Na gut. Wie alt bist du? Wo bist du hin? Ne, mal in den Raum. Was sind wir hier? Ne, hab ich gehört. Spiritbox haben wir. Geisterseele, Rest, Poltergeist. Was haben wir da? Oh, ein Orb. Poltergeist werden leh... Orb. Temperatur. Gefriertur. Oder Buch. Oder... Buch. Oh, warte, ich lese mal, ich lese mal, ich lese mal ein Buch hier mal hin. Ne, ich lese nicht, ich habe da Buch noch hin. Ach so, du hast halt... Ach so, du hast das... Wie kuselig sein ist, kann ich den Schatten. Warte mal, ich lese mal, ich lese mal ein kurzer Buch. Und... Ich lese mal so hin. Das ist kein Problem, ne? Das war keine Jagd. Ja, ich weiß. Trotzdem war es gruselig. Ja, vor allem, weil es ging, ne? Das sah aus wie meine Grundschullehrerin. Ha, 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 ha. Was? Aber ich warte. Ich muss nochmal kurz rein. Na klar, muss nur nochmal rein. Ich muss nur mal kurz rein. Okay, ich habe angemacht. Ist auch grün? Ist grün, ja. Und die andere Kamera, aber ich muss ja auch nochmal gucken, ob die grün ist. Hm. Jo, ist auch grün. Na sehr gut, dann kommen wir ja. Tschüss. Tschüss. Ähm. Ach ja. Ach ja. Eine Sefer, die ist lustig. Eine Mond ist immer im Himmel gestehen. Ich habe den Text vergessen, darum darf ich nach Hause gehen. Hallo, was? Okay, was fehlt uns noch? Wir müssen mal gucken, wann es dann irgendwie... Also Gefühltemperaturen waren wir die ganze Zeit nicht. Können wir das schon mal ausschließen. Aber denkst du, wir sind auch Profi, ne? Hey, im Buch ist was drin. Echt? Bin ich mit... Ja, warte. Gehen wir langsam durch. Da, siehste. Oben rechts. Ich fahrt mitten im Buch. Es war es eingezeichnet worden. Ah. Da haben wir unseres. Aber ja, einfach Profi. War ja easy. Aber so alles ist erfüllt. Eine Geisterseele. Mensch, und wir haben nichts Wichtiges verloren noch. Was? Alle sind noch am Läden. Also ist doch alles kein Problem. Das ist richtig. Stimmt, wir haben ja fast alles. Irgendwas. Aber... Und wenn die Versicherung was anderes sagt, wir waren immer zu zweit. Richtig. Genau, das letzte Foto, was ich gerade gemacht habe, stimmt gar nicht. Das ist ein Fragezeichen. Man weiß gar nicht, was das bedeutet. Ja. Wups. Danke, man ja. Also, ähm, an alle Geister, ne? Die Geisterseele. Die ganzste Geister. Da mein ich ja deswegen. Aber da müssen wir die Geisterseele ausfüllen. Drei. Zuh. Üh. Uff. Ich werde euch heimsuchen. Warum? Ich werde euch heimsuchen. Warum? Ihr werdet keine normalen Nächte mehr haben. Ihr werdet schlaflose Nächte haben. Ihr werdet weinen. Ihr werdet schreien. Warum? Ihr werdet qualvolle Schmerzen erleiden. In euren Träumen. Was habe ich getan? Wir haben nur nichts Wichtiges vergessen. Da hat Grimmels gesagt. Ich habe gesagt, doch. Du könntest mal am Arsch lecken. Da hat Grimmels gesagt. Wenn die versichert was anderes sagt, dann bleiben wir nur zu zweit. Ja. Ich werde euch mal am Arsch lecken. Ich werde euch jemand Neues suchen im Team. Ich werde euch heimsuchen. Nee. Tschüss. Ich gehe jetzt. Nee, tschüss. Nee, du musst die Antwort machen. Oder habe ich die Antwort? Wann jetzt? Jetzt hier weg. Nee, sie dürfen nicht. Nein, ich will raus. Bleiben Sie nicht da hängen? Hilfe. Ich hatte die Anmod, oder? Sie können mich mal. Was? Die Anmod machen? Okay. Ja, falls es mir trotzdem noch gefallen haben sollte. Ich gucke mal ganz kurz auf die Bilder. Guck mal da. Da ist doch noch ein Buhn. Siehste? Du bist immer da. Da wirkst du dich selber. Da ist der Sebastian. Da bist du auch unter dem Tisch. Ihr werdet alle keine schlafruhigen Nächte mehr haben. Jede Nacht, wenn ihr schlaft, da möchtet ihr am liebsten mich anbeten und flehen, dass es euch leid getan hat. Um das zu umgehen. Wenn ich ein Geist bin, ne? Wenn es hier die Möglichkeit geben wird, dass ich Gegenstände als Geist haben werde, dann wird ihr euch so heftig bewerfen mit allen möglichen Gegenständen, die ich tragen kann. Um das zu umgehen, müsst ihr dieses Video liken und schaltet gerne auch bei Moon ein. Deswegen danke für das Einschalten und bis zum nächsten Mal zu Phasmophobia. Tschüss. Tschüss. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Phasmophobia und mit dabei sind Crimes und Rotax. Wir müssen von dem Geist ein Foto machen. Wir sollen den Bereich mit Räucherstäbchen reinigen. Wir sollen mit einem Thermometer einen Raum unter 10 Grad finden. Der Geist lautet, also der Geistername lautet Robert Harris und außerdem scheint dieser Geist auf jeden zu reagieren. Also man kann ähm... Robert! Robert! Okay, wir haben zwei Minuten Zeit, weil wir auf Gott geschritten sind. Warte mal, Crimes, kannst du jetzt mal bitte die Kamera hier nehmen, die Kopfkamera? Du musst eine Kopfkamera nehmen, die wurde jetzt extra gesponsert. Ja. Ja. Ich ne... Die eine, die drin ist, ist meine, passt schon. Ja, aber du sollst die mitnehmen. Ja, die letzte, die drin ist, ist meine, das ist zwar mir zu teuer. Was soll ich denn hier nehmen? Alles, was dir Spaß macht. Ich hol's ja gleich. Warum ist denn ein Thermometer? Ich hab den Thermometer. Buch und sie mitnehmen. UV-Lampe. Telefonbuch. Da ist mir das Geisterbuch geholt. Das Geisterbuch. Und ne UV-Lampe kannst du mitnehmen und noch alles. Ich hab ne Kamera. Dann go. Gib uns ein Zeichen. Öffne eine Türe. Habe ich geschwöre. Habe ich geschwöre. Ich hab Autoschüsse. Der Blitz ist da authentisch geworden. Schade, dass wir hier Sachen nicht so mitnehmen können aus den Häusern. Hat einer von euch den Fernseher gemacht. Und, ähm. Einer von euch den Fernseher gemacht. Fernsehen? Ja. So, los, die Fernbedienung. Ich fernseh. Oh, Knochen. Hat jemand ein Foto-Affekt? Ich hab ein Knochen gefunden. Hat jemand ein Foto-Affekt? Äh, nee. Soll ich ihm kurz den Foto-Affekt holen? Ich rede doch mal klein. Ja, ich leg mal die Fernbedienung nach draußen, damit der Geist nicht mit mir rumspielt, doch. Oh, wirklich? Ende geht noch kaputt. Der Kerl, der macht Disco-Pogo. Der Kerl, der macht Disco-Pogo. Wie heißt du? Oh, ich bin etwas unten runtergeschmissen. Hast du etwas runtergeschmissen? Ach, ich weiß, ich hab unten gelassen. Na, egal. Wie alt bist du? Ich hab fisch in der Garage geguckt. Nee, ich kam noch nicht weiter. Also, ich war eigentlich überall. Oh Gott, was ist denn das? Entschuldigung. Was ist denn für euch gewesen? Fusro da. Ich hab das heißt, es ist zwei Minuten genommen. Oh, das schöne Foto. Ja, im Pool. Ja, sag mal, das ist... Da haben Leute, das ist draußen am Regnen. Draußen am Gewittern, ja. Ja, aber draußen ist am Regnen, weil da ist Regen. Und am Gewittern, ja. Ähm, im Flur? Ähm, hier im Flur. Was ist im Flur? Ähm, im F2. Ja, dann hat er irgendwas rumgeworfen. Ah, hier ist kalt. Ja, warte, warte. Ja, mein ich ja. Irgendwo war ich nicht kalt. Hier, hier. 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 Hier, hier, genau. Hier in dem Bereich. Naja, bist du Tür hier? Jo. Ach ja, ich kann dir das Buch mal hier hinlegen. Wie heißt du? Wie alt bist du? Hier, vor kein Zeichen. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Wollen wir schon mehr Zeit haben, Regnen? Na klar machst du das. Haben wir schon eine Kamera drin? Haben wir schon eine Kamera drin? Hallo? Kamera steht, ja. Okay. Warum hast du die Sicherung rausgeholt? Ober. Wie alt bist du? Ja, wir haben einen Fingerabrück, oder? Haben wir wohl denn? Zeig mal. Kannst du ein Foto machen? Ja, deswegen. Du bist... Nochmal, was ist denn passiert? Ja, ich stelle die Kamera nochmal um. Hab ich. Wann haben wir bis jetzt Fingerabrück, oder? Ja. Wie heißt du? Ah. Ah. Wann halt wach. Ich bin jetzt hier aus der Haustür gekregen. Alter, hat er euch auch noch Ohren geknurrt? Ja, das sieht nicht aus der Haustür ausgegangen. Das ist sehr praktisch. TMF 3. Hier ist ein Waschbecken am Laufen. Hier ist ein Kinderbrücken. Hier vorne an der Wand gewesen. Nee. Ist schon ein Waschbecken irgendwo? Ja, da. Ah, jetzt hat sie geharrt. TMF 4. Ja, ich stelle es mir in der Wut quasi kurz zu sehen. Wie alt bist du? So, Banz. Frag mal. Frag mal nach dem Alter. Oh, er hat uns Buch geschrieben. Er hat uns Buch geschrieben. Das ist gut. Ähm, geht die Tür nicht mal auf? Weiß ich nicht. So. Warum lachst du denn so? Was? Was war jetzt der Witz? Keine Ahnung. Okay. Er hat doch nicht gehandelt. Ach, deswegen ging die Tür eben nicht auf. Ja. Ihr habt die Kamera ausgemacht. Ah. Harte, ich mach wieder an. Der Geist. Oh, guck mal, hier ist tot. Nö, lass mal da. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich die Rechnung haben. Ich hätte fest wegen der Geist, die von der Böse ist. Die Kamera läuft. Wenn man dann noch Rechnung zu zahlen hat. Also, auf jeden Fall hat er was im Buch geschrieben. Ja, hab ich zugemacht. Moon, kannst du noch mal hier kurz fragen, wie alt er ist? Moon? 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 Moon, bist du noch da? Mein Spiel ist gecrashed. Oh nein. Oh nein. Jo, alles klar. Wie alt bist du? Was brauchen wir noch? Hey, sag mal, lässt du mich... Hm? Was brauchen wir noch? Äh, alles? Sie haben gar noch gar nichts? Wir haben Fingerabdrückung, Geisterbuch. Wir haben sogar ein Foto davon. Wiedergänger oder Geisterseele. Also, wir brauchen die Spiritbox oder EMR5. Wie alt bist du? Was ist? Das ist Bildbox oder EMR5. Ja. Frag du mal, vielleicht reagiert er bei dir mehr. Äh, hast... Warte mal, ich... Haben wir... Gruppen oder alleine? Achso, da weiß ich gerade gar nicht. Ich auch nicht. Genau, ich kann mal gucken. Frag du mal. Wie alt bist du? EMR5 ganz kurz gewesen. Tschüss. Okay. Ganz kurz, 5? Ja, ja, ganz kurz. Ich bin rechgegangen. Tschüss. Das war... Ja. 10er Ausschlag. Okay. Das können wir noch eben schnell machen, den Ausräuchern. Achso. Dann ist auch Räucherbündel und, äh, fahrt durch. Jo. Was machen wir einfach nur an und dann hinschmeißen? Einfach nur F-Brücken. Und dann... Okay. Muss reichen. Okay. Ja, aber jetzt wird der Ausgerucherteil. Ja. Äh... Lust auf ein Foto? Noch eine Fotosession? Dann auch noch. Ja, ich meine ja. Aber warte, ich muss jetzt... Ich muss jetzt mal die Beweise eintragen, bevor ich's nahe vergesse. Fünfer... Abdrücke... Buch... Wiedergänger. Muss ich jetzt mal gucken, was... Wiedergänger... Was hat ich denn da nehmen? Wiedergänger... Mh... Sich angreifen... Mh... Wiss ich... Ich... Ja, geh mal die Kamera. Schnell. Ah, Re... Re... Revenant. Hm... Hm... Ah, ne... Soll ich ein Foto machen, oder was? Ja, mehrere. Weiß ich nicht. Achso. Mir ist egal, wer's macht. Nö, genau beide rein. Sehr gut. Gut. Hätten wir mich ja kurz und fix mitnehmen sollen? Ja... No... Das Lücke bringt bei dem nichts. Ich weiß, dass du dein Dingweg beeilen musst. Ich weiß es nicht. Können gerne beide holen. Das war's. Sebastian Ja, läuft! Hat der Foto geschlappt? Geist, jawohl. Auch von mir ist auch nicht zu sehen. Okay. Schön. Hey. Hey. Hallo. Toll C, hallo. Toll. Was? Oh Gott. Hattest du mich jetzt noch mal fotografieren? Hast du Versicherung bekommen? Ja, 96. Ja. Ich hab 96 bekommen. Versicherung oder was? Naja. Ja, hier. Unten ist das bei mir. Da würgst du dich grad selber. Ja. Wieso stand ich denn da rum? Da stand ich doch gar nicht. Bin extra hinterher gelaufen. Ich bin um den Dresden rumgelaufen. Ja, ich auch. Ich war doch hinter dir. Ja, und dann bin ich dann... Ja, eben. Dann hab ich... Dann wusste ich, okay, ich bin's nicht. Und dann bist du an mir weitergelaufen. Bin dann stehen geblieben. Na lol. Geil. Naja, so. Sowohl auf meinem Geisterfoto als auch auf deinem Geisterfoto seine Stroph. Bei mir war er drauf. Bei dir ist das, wo du gleich nach oben guckst, ne? Ne, da hinten. Da hinten kommt aber noch mehr. Ne, bei mir nicht. Bei mir ist er auch nicht drauf. Der ist ja grad geblinkt. Na egal. Gut, äh. Genau. Trotzdem erfolgreich. Das ist richtig. So. Und deswegen laden wir jetzt direkt wieder Moon ein. Und ja, mal gucken. Dankeschön fürs Einschalten. Deswegen mache ich euch jetzt mal die Appenmod. Und bis zum nächsten Mal zu Phasmophobia. Bei Moon vorbeischoten. Und leiten. Tschüss. Gott, ey.